Die Entwicklung des Schriftsatzes Bis in das späte Mittelalter hinein wurden Texte in Europa nur per Hand reproduziert. Dann aber kam Johannes Gensfleisch, genannt Gutenberg, auf die Idee, Texte in ihre kleinsten Bestandteile zu zerlegen, die Buchstaben. Der Einsatz eines Gussapparates, in den Matrizen mit negativ ausgesparten Buchstabenformen eingespannt werden konnten, um dann in Blei gegossen zu werden, führte zu einer gleichbleibenden Qualität des Schriftbildes. Hatte er erst einmal genug Buchstaben einer jeden Sorte, konnte er damit ganze Seiten absetzen und dann in hoher Auflage reproduzieren. Dieses Prinzip war so überzeugend, dass es für viele Jahrhunderte erhalten blieb. Erst nach 1821 baute Karl Dreis für seinen erblindernden Vater die erste Schreibmaschine mit Tastatur, die jedem Buchstaben eine Taste zuordnete und Prägebuchstaben in einen Papierstreifen drückte. Dadurch war zwar ein Prinzip zur schnelleren Schreibtechnik erfunden, aber man konnte noch keine Auflage damit drucken, wie mit Gutenbergs Erfindung. Aber bereits 63 Jahre später baute ein deutscher Einwanderer in Baltimore, USA, eine Maschine, die negative Matrizen, anders als bei Gutenbergstechnik, nicht einzeln, sondern in Zeilen gesetzt, in Blei gießen konnte. Dieses Phänomen, das Setzen jeweils einer Linie von Zeichen, gab der Erfindung Ottmar Mergenthalers ihren Namen. A Line of Type, Linotype. Diese Maschine verbreitete sich schnell über Amerika und Europa und machte die Entstehung umfangreicher Zeitungen und vieler Bücher erst möglich. Ein geübter Setzer konnte nun anstelle von 1400 Zeichen plötzlich knapp 6000 Zeichen pro Stunde setzen. Die Erfindungen der Fotografie und der Fotomontage hatten bereits in den 20er Jahren Einfluss auf typografische Gestaltungen. Aber erst 1960 brachte die Markteinführung einer Maschine der Firma Berthold den Durchbruch für eine Satzmethode, die Mergenthalers Zeilensatzprinzip überwand. Die Diatype In dieser Maschine befand sich ein negatives Typenrad, durch das hindurch nacheinander Buchstaben auf hartes Fotopapier belichtet wurden. Plötzlich konnten ganze Textblöcke und Spalten in einem Durchlauf gesetzt werden. Die belichteten Textblöcke mussten von Grafikern allerdings noch sinnvoll zueinander platziert werden. Dies hat das Aufkommen des typografischen Rasters stark beeinflusst. Nachdem nun seit Gutenberg aus der Arbeit mit einzelnen Buchstaben bei Mergenthaler Zeilen und im Fotosatz Absätze geworden waren, war es fast zwangsläufig notwendig, eine Technik zu finden, die das Gestalten ganzer Seiten oder Doppelseiten ermöglichte. Eingeführt wurde das heute bekannte DTP 1985 von den Firmen Apple, Adobe, Aldus und Linotype. Dabei steuerte Adobe die Seitenbeschreibungssprache PostScript, Aldus das erste Layout-Programm, Apple einen PostScript-fähigen Laserdrucker und den ersten grafikorientierten Rechner bei. Linotype lieferte die ersten PostScript-Schriften und den ersten PostScript-fähigen Belichter. Plötzlich hatte jeder Gestalter eine eigene Setzerei auf dem Schreibtisch. Schriften konnten einfach ausgetauscht und verzerrt, ineinander geschoben oder mit Bildern verschränkt werden. Alles war möglich. Wenn ich bin, Swept away Is gonna mean Changes around here Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.